Hallo Erkan, ich habe gesehen, dass du vor einigen Tagen auf deiner Facebook-Seite eine Aktion gestartet hast, zusammen mit deinem Bruder Toni, nach dem Motto, euer Return an uns. Und da wir uns ja schon wirklich viele, viele Jahre gut kennen, möchte ich deine und eure Aktion gern unterstützen. Wir dürfen ja, wir, das bin ich und mein Trainerteam, seit vielen, vielen Jahren schon im Robinson-Club Handia-Player Tennis-Camps ausrichten. Du bist dort mit deiner Tennisschule zu Hause und unterstützt unsere Tennis-Camps immer nach besten Kräften. Du gibst wirklich alles, damit jeder Teilnehmer dort ein tolles Erlebnis hat und natürlich auch die Leidenschaft Tennis dort leben kann. So, mein Return an dich und an euch heute für eure Tombola sind diese beiden Schläger. Das sind zwei Wilson Clash 100. Beide Schläger sind ein paar Wochen von mir gespielt, sind aber in Topform, sind auch neu bespannt und ich werde diese auch persönlich signieren. Wie gesagt, das geht in eure Tombola. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr gut auf euch aufpasst, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich schon im November wiedersehen im Robinson-Club Handia-Player für das nächste Tennis-Camp. Also, alles Gute für euch und bis bald! Also, alles Gute für euch und bis bald!